Der Lee muss jetzt Autogrammstunden geben und kommt dann wieder nachher auf die Bühne. Er gibt ja hier alles, er spielt immer 150% die Solos, während wir machen nur 99%. Und er darf sich dann aber ausruhen, kommt aber später zurück. Er hat noch drei Comebacks heute. Das ist schon krass. Das ist wie bei Howard Carpenter. Das ist schon krass. 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 Das ist 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 krass. Well, 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 well. That's all my aspirations. You help me. If you can. I don't look. You risk you, baby. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Im Auftrag des ZDF, 2020 Im Auftrag des ZDF, 2020